Das ist ja ein richtiges Krieg, oder? Was ist bei euch los? Oh mein Gott, warum alle gleichzeitig machen die das? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich hab meine doch da Küche rausgelaufen, also ich hatte keine Flasche. Du hast dich gerade einfach nur selber angeschrien, weil das einfach deine Flasche war. Äh. Hä? Hallo? Was war ich? Guck mal, jetzt hab ich die Flasche rausgelaufen. Die Einfachung bekommen... ...die man sich nur wünschen kann. Ja, sie sind die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Ja, sie sind die besten Freunde, die man sich nur wünschen kann. Wee! Alter, wie ich euch da gesehen hab, ihr beide Wände! Du kannst da runterspringen, da passiert nix. Das sind die Blöcke da unten. Ja, was machen die? Die fangen den Sturz ab. Das ist wie Schleim, nur aus dem Nesser. Was macht das Sinn? Vertraue ich da, Lu? Ich weiß ja nicht. Ja, komm mal, komm mal. Ja, was denkt ihr, wofür das gebaut wurde? Damit da einer runterfällt? Ohohohoho! Wow, okay! Wow! Oh mein Gott! Ja, dem! Hat dies ein neues Video? Dies! YouTube! Aber mal! Bits! YouTube! Ja, ja, Masat hat eventuell schon ein bisschen lang gestreamt, aber das ist kein Problem. Sam! Shatau ist wahrscheinlich auch seit vorhin schon live, oder? Nee, Shatau war auch viel bei mir! Danke, dass du bei mir gelernt hast. Hab mich sehr gefreut. Ja, super, voll doch. Ja. Shatau? Shatau kommt einfach nicht mit Zuneigung klar so. Wenn du Shatau sagst so, Ja, Freddy, hey, cool, dass du hier warst. Mach dich gerne so, als warst du aus. Sorry, I had a flask on mute. Masat ist die Vodka-Werbung, Frau. Two Shots of God. Two Shots of Vodka. Da war ja noch was drin. Och, fuck, Mann. Ja, Sabine, weißt du, seitdem du nicht mehr die Emotes zeichnest, muss ich halt leider irgendwie anders an Emotes rankommen. Und im Moment ist meine Emote-Quelle bis in dies Videos... Ich muss ein bisschen da... Das Ding klemmt doch einfach rauf. Ja, du musst deine Bänder wegnehmen. Okay. Was tu ich mir eigentlich an? Alles gut, Maru? Alles gut, Maru? Ah, hat die. Die war so weit, lauf! Ich hab... Ich wusste das. Ich kann nicht, äh... Ich kann nicht ulten und planten. Oh, shit, in Conor, in Conor, in Conor, in Conor. Just play in Conor, play in Conor. What's going down again? Don't pee, you're in bed, don't pee. One enemy remaining. Last player standing. Let's gooo! Nice, nice is Ace. Oh mein Gott! Der Junge, der macht die krasse Fingertechnik schon. Mit zwei... So rubbeln. Das... Rubbeln das einmal wie Cheaten. Aber die Eltern wussten es nicht. Er hat mit einem Finger dann so. Aber einen Finger konnte nie gewinnen gegen... Oh, Junge. Mein Teil ist nicht schnell. Jet und B. Hast du noch eine Spritze? Euch. Habt ihr auf. Und dann rein. Oh, der war ja krank. Das war ein Schuss. Fünf Prozent oder so aller Spieler sind Diamond, wenn überhaupt. Das ist schon... Doch nicht mal, ja. Also das ist schon ein High-Rank. Und der Grund, warum ich, obwohl ich nur einmal die Woche spiele, auf Diamond durch, ist, weil ich wirklich unglaublich krass bin. Das ist halt outstanding. Flashed. Nee. Nee. Okay, sorry. Oh, cool. Warte mal. Wo bin ich hier? Oh mein Gott, warte mal. Ich hab mir was kriegen. Ey, du bist Imposter. Jo. Bo, bo, bo. Hat man das gehört, oder was? Ey, werde ich sterben direkt am Anfang? I doubt it. Ich bin tot in 3, 2, 1. Also ich will nicht sagen. Ich bin der Beste. Hallo mein Mädchen, nenn mich dieser. Dafür haben nur zwei Leute Permission. Mein Dad und mein Daddy. Sorry. Oh nee, tschön. Kannst du mit meinem kleinen Bruder Robin zu seinem 18. Geburtstag gratulieren? Wollte ein Video mit Geburtstagwünschen machen und am Ende ist als Highlight Twitter-Influencer wie dich einfügen. Ich bin ein Twitter-Influencer. Nice. Ey Robin, da die Puffs noch zu haben, musst du da mit mir Vorlieb nehmen. Ich wünsche dir einen recht schönen Einstieg in die Volljährigkeit. Hab einen schönen Tag, Abend, whatever. Happy Birthday. War das süß? Oh, okay. Hallo Wildcats, this is Weber Cooks. Ding Dong. We start with a can of Chili. Mann, was ist denn das für ein Scheiß? Ding Dong. Abend, Matteo. Ich bräuchte eine wichtige Info für meine Abschlussarbeit. Wie hört sich deine Tür-Klingel an? Ding Dong. Ich, ich war schon. Meine Gemeinschaftstat. Wo kommt Robin in den Herbst? Das war gerade richtig komisch. Oh, wow. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir ein Problem. Oh, ich bin eine Szene. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Das war jetzt bei dem Fall. Ich bin ein Problem. Und warum. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. So, ich bin ein Problem.